Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat einen Vorort von Neapel besucht, in dem zwei junge Mädchen vergewaltigt worden waren. Die beiden elf und zwölf Jahre alten Cousinen sollen in einem von der Camorra genutzten Gebäude im Vorort Caivano von einer Gruppe junger Männer im Alter zwischen 14 und 19 Jahren wiederholt sexuell missbraucht worden sein. Während Meloni in Neapel ein härteres Vorgehen gegen die Mafia und Drogenkriminalität sowie mehr Sporteinrichtungen versprach, geriet ihr Lebensgefährte in die Kritik. Der Fernsehjournalist Andrea Giampruno hatte in seiner Sendung zur Massenvergewaltigung einer 19-Jährigen auf Sizilien jungen Frauen geraten, beim Tanzen besser keinen Alkohol zu trinken, um, wie er sich ausdrückte, dem Wolf nicht zu begegnen.